Ich lerne Deutsch. Nummer 10463 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wahre Freundschaften sind flexibel genug, um Entfernungen und Zeit zu überbrücken. Meine Überraschung ist groß. Paul hat mir ein teures Auto gekauft. Hanteltraining stärkt meine Muskeln und hilft mir, mich in meinem Körper wohl zu fühlen. Vokabeln lernt man am besten, wenn es Spaß macht. Vokabeln lernt man am besten, wenn es Spaß macht. Vokabeln lernt man am besten, wenn es Spaß macht. Hast du Spaß am Lernen? Die Dokumentation bietet einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Filmstudios. Die Dokumentation bietet einen authentischen Blick hinter die Kulissen des Filmstudios. Welche strategischen Partnerschaften streben wir in diesem Jahr an? Welche strategischen Partnerschaften streben wir in diesem Jahr an? Das Schmieden ist ein anspruchsvolles Handwerk, das Geschick, Kraft und Erfahrung erfordert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. In der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. In der Videobeschreibung. Im Durchbruch.